Guten Morgen in Horta. Sind wir fit? Einigermaßen? Ja. Wir sind einigermaßen fit. Obwohl ich so schlecht geschlafen habe wie den ganzen Urlaub nicht. Ungefähr zwei Stunden, weil das Bett so unbequem war und mein Kopf voller Haie war. Denn wir gehen jetzt, also ich, Nonas kommt als Passagier mit. Ich trau mich gar nicht, das auszusprechen. Was? Wir gehen jetzt mit Haien schwimmen. Der Mann ist von allen guten Geistern verlassen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020